ja jaja leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge pvz gun warfare zusammen mit marcus ich spiele heute das allstar special heißt jedes mal wenn ich sterbe wechsle ich wieder einen allstar weiter geile scheiße dropzone so was habe ich denn heute für missionen schnapper sonnenblumen und wiederbeleben kenne ich irgendwo her da unten ist doch schon mein erster schnapper dann los tauch auf schnapper dann los du hast dich hier vergraben ich habe es gesehen aber ich kriege probleme oh ich habe einen double kill direkt gemacht mit so einem agenten weil die op sind warte wieso stirbt denn nicht Dankeschön aber ich werde wiederbelebt von Ami Lady sehr vor der Stimme sehr cool ja ein kill gemacht nein was sei das jetzt erbsen schalldämpfer schon wieder ich fange an diese klasse zu hassen cricket star auf auf mit der brennenden cricket kanone so mal gucken was wir damit reißen können mhm also ein kill haben wir dann schon mal gerapet jemann sonnenblumen mit tackling sprints holen das ist aber auch mies weil die muss ich anschießen und dann weg tacklen ok vor allem muss ich erstmal sonnenblumen finden ich habe bisher noch keine einzige sonnenblume gesehen doch da hinten läuft eine da läuft eine und habe ich sie erwischt war es die sonnenblume yes die hat die sonnenblume gekillt auch wenn ich gestorben bin an der kartoffelmine und ich darf crickets da bleiben weil ich wiederbelebt werde wenn der es überlebt mich wieder zu überleben ja hat er geschafft ne hier 2 3 4 4 5 das 4 5 5 Ich habe gerade den Garten. So, ich hatte eine 5er Killstreak, war ganz okay. Und die Runde, sieht mal wieder, wir haben nicht so einen OP-Typen mit dem Gegner-Team und auf einmal rape ich 1. Garten zu Ende, Mitte 2. Garten, habe schon 10 Kills. So viele hatte ich ja am Ende der letzten Runde fast nicht. Ja, zum Glück ist der ausgegangen. Und die Runde hier geht ja ein bisschen schneller wie die letzte. Ich habe einfach 2 Kills außerhalb des Spielfelds gemacht. Also, 2 Stück Imps vorne, wo ich noch gar nicht schießen hätte dürfen, da außen und so weit weg war das. Also, wie ich dann da hingelaufen bin, konnte ich nicht mehr schießen. Aber die sind noch verbrannt, beide, als ich nicht mehr schießen konnte. Oh, ich habe vergessen, Gassen zu wechseln. Egalos, egalos. Äh, wie ich die Chibu nicht gesehen habe. Lohin. Ich habe das gemacht. jetzt hat er mich tatsächlich nein ich will klasse wechseln ist schon eine scheiße ich habe gemerkt ich habe gemerkt ich habe gemerkt dass ich klasse wechseln wollte und das werde ich jetzt auch tun so torwart star eisige schlachten den kennen wir auch noch aus der letzten folge warum 2 1 so weit hinten so ich muss mit sonnenblumen mit zum scheiß täglich verschwenden sie aufgaben k k holt er wird abgebildet obwohl er betäubt ist Prozent die Brustdorf so ein Lacker so ein unglaublicher Lacker mit 5 Prozent Prozent nicht jetzt macht er die Raupe nein aber ich hab schon wieder verab ficken warum kann ich mir nicht einfach mehr kommen dass ich meine Klasse wechseln muss egal ich werde noch oft genug stellen in der Runde weil ich hab so das Gefühl die wird noch länger ja natürlich kommen jetzt zwei Schnapper auf einmal was sind das jetzt hier für ein Braint gewesen ich war ewig lang eingeschreit und konnte mich nicht bewegen und zwei Blitzschnapper sprainen mich zu weil sie mich nicht fressen können das doch jetzt fuck you dieses Spiel heute macht es mich aggressiv vor allem hinter mir schießt den Z4 die ganze Zeit meinen Rücken hier ab anstatt irgendwelche Gegner zu töten komm schon das ist meiner brauch schnapper ein schnapper so hab den da auch noch mit gesnackt drüben noch einer und der ist schon tot die Kills habe ich inzwischen 19 schon den Kills spare ich nicht aber du hast mehr Punkte weil du scheiß Teleporter hast scheiß Teleporter soll ich nicht mehr aufbauen das schon aufbauen aber weniger Punkte dafür kriegen ich bin es nun ein Niedern Schnapper von hinten werden den anderen vorne angreift ist doch nachkommen scheiße ist das eine scheiß Drohne die Drohne auch jetzt habe ich den Stinkhandschuhwerfer nein das ist All-Star Klasse die es gibt Spray total überhitzt total schnell macht keinen Schaden dies ist das ist ich habe Spaß steckt da nein das sind meine Teleporter gut zu dieser mich Naja zumindest einen von den beiden ähm schnappern noch gekillt nachdem der andere irgendwie die Explosion während der mich gefressen hat noch überlebt hat Rugby Star ah ihr habt den Teleporter endlich ne ich auch nicht what the fuck hier Kartoffelnmine zerstört Schöne Sache Rattling Star ich wechsle hier die Klassen jetzt auf einmal ziemlich schnell durch habe ich doch Ohhhh wie ich krass riesig gesehen habe ja zwei Schnapper direkt gekillt boah endlich diese scheiß Mission wird und wieder Kartoffelnmine zack und sie springen mir einfach durch den Boden durch geile Sache aber egal ich habe die Mission geschafft und bin wieder erster in der Liste so wie sieht es denn jetzt aus Missionstechnisch vor allem ist ja immer noch die Sonneblumen und Wiederbelebungen ich kriege einfach keine Wiederbelebungen Dankeschön Oh meine Golfkanone macht einfach keinen Sound das war auch grad geil und tot von einer Sonneblumen geragged so jetzt bin ich wieder der Standard All Star so jetzt bin ich wieder der Standard All Star das Ding das Leben gerettet ich nicht Hallo ich hab schon dreimal auf zwei gedrückt dass du scheiß dein scheiß Tackling einsetzen sollst aber es passiert einfach nix warte warte man waren das jetzt für ne scheiße wir brauchen hier Flackenzondies wir müssen schneller laufen ich kann nur Vollock Ich auch, klar. Aber man gewinnt sich an alles. Ich kriege... Alter, ich kämpfe gegen einen 101 und so den letzten Schuss macht jemand anders, weißt du? So ist solche Vorlagen für mich dann. Und da kommt wieder von der Seite irgendein anderer Kaktus und saved dem Kaktus den scheiß Arsch. Ah nein, ich hab vergessen, die Lassenzwecks, wenn ja, YOLO. Ich bin eh schon einmal komplett durch. Ja, okay, ich glaube, wir gewinnen. Oh, Sombrero-Bone! Oh, ich hab grad'n Run, Alter. Oh, der hat mein Run beendet. Oh, der hat mein Run beendet. Da war ausgerannt. Aber jetzt wechsle ich nicht mehr, klasse, weil hier geht's auf die Zeit. Hier muss ich schnell sein. Alter. Jetzt schieb doch den Dreck da rein. Bin ich da eingeschleimt, Peter? Oder wo bin ich? Ich stehe auch irgendwo da, aber keine Ahnung wo. Naja, 12.000 Münzen. Ja, 12.000. Ja, du hast'n Lüffel abgemacht, Cheater. Mhm. Mhm. Also weit besser weh, du. 30 Kils, ich sag's ja, Leute, wenn dieser Scheiß-Trollo-Mollo-Licht in der, in der, in der, in der Lobbyist, dann geh ich schon mal ab, ey. Das sag ich auch nicht. Da schaut's euch an. KD. Ist nicht so geil wie sonst. Ich mach' im Moment mir so 4, irgendwas heute, nur ne knappe 2er KD. Ist aber auch ok, 1,000 Münzen pro Minute. Wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge PVZ. Und bis dahin würd ich sagen ist vor kurzem, Ciao. Hallö.